Der BVB konnte am Freitagabend einen sehr verdienten, aber dennoch knappen Sieg über Werder Bremen feiern und sich so zum Auftakt des neunten Spieltags zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze setzen. Wie gesagt war es ein verdienter Sieg für die Dortmunder, vor allem dank guter Umstellungen von Trainer Terzic und dass ich das mal sagen darf, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber ich habe jetzt auch überhaupt nichts dagegen und würde sagen wir fangen direkt mal von vorne an mit einer Taktikanalyse zum Spiel. Um zunächst einmal den kleineren Teil des Videos abzuhaken, fangen wir an mit Werder Bremen im Ballbesitz beziehungsweise Borussia Dortmund gegen den Ball und hier sehen wir zunächst einmal Dortmund hat es in einem klassischen 4 für 2 verteidigt, auch wenn das jetzt nicht allzu oft der Fall war. Ansonsten hat es Bremen, wie wir jetzt hier von oben schön sehen, oft in einem 3-2 aufgebaut, wobei man hier auch sieht, die Außenverteidiger in der 5er Kette, die ja eigentlich recht hoch schieben sollten, waren da recht konservativ und tief und sind jetzt nicht allzu weit mit nach vorne, also man war sehr defensiv ausgerichtet, was man auch hier im Spielaufbau sieht. Und wenn wir noch eins weiter gehen, dann sehen wir eben Dortmund im Midblock in einem 4-2-3-1 gegen den Ball, was dann aber, wie wir jetzt hier sehen, auch teilweise aggressiver wurde, da geht dann eben Füllkrug auf den zentralen IV, Brand auf den linken, Malen auf den rechten und man stellt es eigentlich Mann gegen Mann zu, wenn man mal hoch anläuft, Reus dann eben am 6er Stay und auch Bittencourt wird in dem Fall zugestellt. Werder hat in der ersten Halbzeit eigentlich kaum Gefahr ausgestrahlt, außer zweimal wurde man so im Ansatz gefährlich und zwar zweimal nach demselben Muster, in dem sich eben Dux fallen lässt, Schlotterbeck damit mit sich rauszieht und dann den Ball auf einen Mitspieler durchsteckt, der in den dadurch freigewordenen Raum in die Tiefe einstartet, also der Raum, der dadurch frei wurde, dass Schlotterbeck rausgezogen wurde. Wir haben es einmal hier eben mit dem Doppelpass mit Weißer und dann eben noch sieben Minuten später kriegt Dux auch wieder den Ball, zieht Schlotterbeck raus, wie wir hier sehen und steckt dann den Ball gut in die Tiefe durch. Müsste auf Romano Schmid gewesen sein, aber dennoch hatte man jetzt nicht wirklich die Durchschlagskraft, sodass man zu Chancen kam und generell war Bremen wenig mutig, man hatte viele schnelle Ballverluste, weshalb der Fokus jetzt bei der Analyse vor allem auf Dortmund im Ballbesitz liegt, von dem sie ja durchaus viel hatten. Da war es dann in der ersten Halbzeit durchweg ein Dreieraufbau aus den nominellen Innenverteidigern Hummels und Schlotterbeck plus einem weiteren Spieler, der aber immer variiert hat. Oft war es der Rechtsverteidiger Wolf, wie man jetzt hier sehen kann, also dann eben die drei hinten, davor das Mittelfeld, die zwei außen Matcher und Can und vorne habe ich jetzt mal farbig markiert, weil es auch später nochmal interessant wird. Da sind alle Zonen besetzt, nämlich in Rot markiert ist Füllkrug zentral als Zielspieler, in den Halbräumen Blau markiert, Brandt und Reus und dann breit in grün markiert haben wir rechts halt eben den Rechtsaußen Mahlen und links den nominellen Linksverteidiger Riason und das ist halt eben auch interessant, weil sich das Ganze nachher noch so ein bisschen verschiebt. Auch hier sieht man nochmal den Dreieraufbau zusammen mit Wolf und generell das 3-2-5 der Dortmunder, was sie eben im Offensivspiel praktiziert haben. Außerdem sieht man ganz gut das 5-3-2, womit Werder Bremen eben verteidigt hat und so den Dortmundern eigentlich recht wenig Chancen zugelassen hat in der ersten Halbzeit. Mehr dazu dann gleich noch, aber den Dreieraufbau gab es natürlich auch noch in anderen Varianten, wie bereits gesagt und zwar wurde immer der ballnahe Außenverteidiger genutzt. Also in dem Fall ist es eben Riason, der einrückt neben Schlotterbeck und Hummels und den Dreieraufbau bildet, während wir eben rechts vorne gelb markiert sehen Wolf, der vorne mit dabei ist. Also da hat man sich immer ein bisschen abgewechselt, je nachdem wo der Ball war und wir sehen es ja auch noch vorne, wie es sich verändert hat. Denn Wolf ist dann eben rechts ganz breit gestanden, wodurch dann eben Malen von der Breite in den Halbraum rücken konnte und auch gelb markiert sehen wir hier noch Emre Can. Jetzt fragt ihr euch vielleicht warum, weil zum einen hat den Dreieraufbau Wolf gebildet, zum anderen wie in dem Fall jetzt eben Riason, den man im Bild nicht sieht, aber zum anderen eben auch Emre Can, der in dem Fall vorkonnte, weil Riason hinten war. Aber wenn wir jetzt mal noch weiter gehen, dann war es vor allem zum Ende der zweiten Halbzeit hin öfters Emre Can, der sich eben von der 6 fallen lassen hat und zwar zwischen die zwei Innenverteidiger und so dann auch wieder einen Dreieraufbau gebildet hat. Davor sehen wir eben einen Matcher und Reus, der sich fallen lassen hat im Zentrum, aber das konnte auch Brand sein, da war man natürlich variabel mit den zwei Spielertypen und auf den Außen eben Wolf und Riason links, die hier markiert sind, die dann eben in der Breite sind. Somit hast du halt im Zentrum einen Spieler weniger, dafür dann eben beide Außenverteidiger in der Breite und bist da besser besetzt. Aber wir sehen jetzt auch hier die Abstände zwischen der ersten Linie im Aufbau und dem Mittelfeldstimmen nicht ganz. Deswegen war das Ganze auch so ein bisschen angepasst. Wir sind jetzt hier in der 38. Minute und da ist es dann eben oft eine Raute gewesen. Emre Can tief, dann eben Außen, Hummels und Schlotterbeck und ein Matcher dann eben davor, womit man halt so eine Raute hier gebildet hat. Und dann davor hatte man eben Reus und Brand, die oft kurz kamen. Und so konnte man sich ein bisschen besser durchs Zentrum spielen. Aber das ganze Spiel über ist man dann doch eher über die Außen gekommen und hat den Ball so nach vorne getrieben, was halt vor allem an der kompakten Spielweise von Bremen lag. Die haben das Zentrum gut zugemacht und dann musste man halt oft über die Außen, was aber jetzt auch gar kein so großes Problem war, weil man da auch gut besetzt war. Man hatte die Außenverteidiger und die Flügel, die da oft zusammen waren. Und so kam man dann halt eben auch nach vorne. Ich muss sagen, rein grundsätzlich war das eine gute Idee. Man wollte immer einen Dreieraufbau, weil halt Bremen in der ersten Reihe zwei Anläufer hat, sodass man immer eine 3 gegen 2 Überzahl hat und da jetzt nicht wirklich ein Gefahr gerät im Spielaufbau und so auch ein bisschen mehr Kontrolle hat. Andererseits hat dann vorne aber doch oft ein Spieler gefehlt und man hat sich grundsätzlich wenig Chancen rausgespielt in Halbzeit 1. Eine große Chance gab es dann eben mit Michael Reus, der dann vorbeischießt nach einem hohen Ballgewinn, aber jetzt nicht aus dem eigenen Ballbesitz heraus. Und kurz vor der Halbzeit kam man dann zu seiner besten Chance aus dem eigenen Positionsspiel heraus. Und zwar spielt man hier mit Schlotterbeck eben einmal schnell und auch linienbrechend und kam dann so eben direkt zu der Chance. In dem Fall lässt Reus durch für Füllkrug, der dann auf Mahlen weiterleidet rechts, der dann aber wiederum an Zetterer scheitert, was aber echt gut gespielt war und mit einer der besten Möglichkeiten war, vor allem natürlich in der ersten Halbzeit. Und da hat man mal gesehen, man muss eben mutig sein, die linienbrechenden Pässe spielen und dann kommt man auch zu Chancen, aber das gab es generell viel zu wenig in der ersten Halbzeit, weshalb es dann auch zu einer Umstellung zur Halbzeit seitens Edin Terzic gab, was das Dortmunder Spiel betraf. Und wir sehen es hier direkt nach der Pause. Wir haben das Zweier-Mittelfeldaußen, Metzger und Can. Dahinter eben nur die zwei Innenverteidiger, die sieht man jetzt hier nicht. Aber man nutzt eben beide Außenverteidiger hoch, kein Dreieraufbau. Can ist eben auch in der Mittelfeldreihe. Und somit hat man dann eben eine Front 6, sage ich jetzt mal. Also sechs Spieler in der letzten Linie, die dann eben die Gegner auch dementsprechend binden. Somit überlädt man quasi die Fünferkette von Werder Bremen. Wir sehen es hier auch, das bringt schon einiges an Unstimmigkeiten rein, denn Romano Schmid aus der Dreier-Mittelfeldreihe lässt sich sogar fallen, um Brand zu decken. Und generell hat das so schon für ein bisschen Verwirrung gestiftet. Aber ganz ehrlich, man kam in der Phase dann dennoch nicht wirklich zu Chancen. Und rein was Chancen angeht, die man sich herausspielt, war das eigentlich die schwächste Phase. Aber man hat dann eben durch dieses System Werder Bremen auch recht tief gebunden und hatte dennoch viel Ballbesitz. So hat man sie eigentlich recht gut laufen lassen und mehr oder weniger auch so ein bisschen müde gespielt. Und das ist dann auch vor allem beim Tor entscheidend. Kurz davor wurde man wieder zwingender. Aber generell war Werder dann so ein bisschen müde. Und dann haben sich die Dortmunder Bremen einfach zurechtgelegt, was man bei dem Tor eigentlich recht gut sagen kann. War dann letztendlich das goldene Tor des Tages durch Julian Brand. Aber wir schauen es uns nochmal genauer an. In dem Fall hat man den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen lassen. Dann geht er wieder ins Zentrum auf Emre Can. Also da hatte Bremen dann auch im Zentrum nicht mehr wirklich Zugriff. Keiner attackiert Can und Julian Brand erhält dann eben nach einem überragenden Laufweg und einem überragenden Pass von Emre Can den Ball vor dem Tor und bleibt dann eben cool und erzielt den Treffer zum 1 zu 0 Endstand. In dem Fall muss man aber auch noch Felix in Matcher hervorheben, denn hier hat man eine gute gegenläufige Bewegung. Brand geht tief, während ein Matcher kurz kommt. Der zieht dann eben Vajkovic aus der letzten Kette raus und öffnet so mehr oder weniger auch den Raum für Brand zum Einstarten. Super gespielt, muss man auf jeden Fall anerkennen, vor allem von Emre Can. Und da sieht man dann mal, was möglich ist, wenn man vom Dreieraufbau weggeht. Can ein bisschen höher platziert. Generell war es dann eben viel mutiger, nur noch zwei in der letzten Kette hinten mit den Innenverteidigern, den Sechser vorgeschoben, auch die Außenverteidiger. Viel mutiger gespielt in der zweiten Halbzeit. Und das hat sich dann letztendlich auch bewährt. Wir schauen hier nochmal drauf, wie sie es dann gemacht haben. Wir sehen hier eben Can zentral als Pivot, sag ich jetzt mal. Also als zentraler Spieler, der da seine Position hält. In hellblau markiert habe ich jetzt mal Matcher und Reus, die so ein bisschen alle Freiheiten hatten dann. Da musste man Bremen auch nicht mehr allzu tief binden. Die hatten einfach keine Kraft mehr so wirklich. Also so schien es zumindest in dem Spiel. Dann vorne die Dreierreihe aus Brand links, zentral Füllkrug, rechts Mahlen. Und die Außenverteidiger, die gar nicht mal ganz hoch schieben, es aber dennoch könnten und trotzdem vorne dabei sind. So hat man eben ein bisschen mehr Kontrolle ausgeübt. Die standen neben der Mittelfeldreihe. Links war es dann eben der eingewechselte Benze Baini. Und rechts der rübergewechselte Riason, der generell sehr flexibel ist. Und so hat man dann eben das 1 zu 0 erzielt, was letztendlich hochverdient war. Man hatte noch einige Chancen mehr, um das Ganze höher zu gestalten. Aber auf jeden Fall mal ein Spiel, wo man Edin Terzic loben muss für seine Umstellungen. Generell ist er dafür bekannt, mit einem guten Matchplan zu starten. Aber dann nicht mehr wirklich auf das Spielgeschehen reagieren zu können. Vor allem, wenn der Gegner umstellt. In dem Fall hat der Gegner eigentlich gar nichts umgestellt. Aber Terzic selbst hat eben erkannt, wie er Bremen knacken kann. Beziehungsweise irgendjemand in dem Trainerteam. Aber letztendlich war es dann eben Terzic, der die ganze Umstellung vorgenommen hat. Dafür auf jeden Fall mal ein Lob an ihn. Auch wenn das grundsätzlich nicht seine Stärke ist. Beziehungsweise vor allem dann muss man das hier nochmal mehr loben. Auf jeden Fall ein gutes Spiel der Dortmunder. Ich würde es nicht allzu schlecht reden, weil es jetzt so knapp war. Man hätte es auf jeden Fall früher entscheiden können. So auf jeden Fall wichtige drei Punkte. Und das soweit mein Fazit zum Spiel. Schreibt mir gerne eure Erkenntnisse in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.